The other day Eurem PC bekommt ihr ein gratis T-Shirt mit der Aufschrift The Shoulder of Orion 2 Außerdem bekommt ihr 25% Rabatt auf Fahrzeuge aus dem All-Garden Games Update Zum Beispiel mit am Start der T20, der Inventero, die Dinka, der Lamparapariparadi und der Coil Brawler Außerdem bekommt ihr Rabatte auf Tattoos, Kleidung und Schlagringe aus dem All-Garden Games Update Und es gibt doppelt RP-Punkte in ausgewählten oder in allen Rennspiele-Listen So weit, so gut Freunde, das waren erstmal die Informationen Wie gesagt, das Update startet heute vom 25. März bis zum 31. März auf der Xbox One, Playstation 4 und auf dem PC Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Karfreitag, genießt die Feiertage, ein schönes verlängertes Wochenende Und ich sage jetzt Servus und Tschüss, viel Spaß mit der Woche Ich sage, ich sage Tschüss und Servus und Tschüss und Servus und dann bis dann Haut rein, euer Schnacker, macht es gut Dann geht's gut Untertitelung. BR 2018